Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hardwerke. Heute seht ihr mich mal ein bisschen vollständiger, auch mit passenden T-Shirts zum heutigen Motto. Und zwar werden wir uns die Be Quiet Silent Wings 4 und die Silent Wings 4 Pro anschauen. In Kombination, wie ihr sehen könnt, mit der Pure Loop 2FX. Das heißt, wir werden immer drei Lüfter verbauen auf der Pure Loop 2FX 360, um es korrekt zu sagen. Und dementsprechend ist das Ganze natürlich etwas teurer. Und ich würde auch sagen, wir schauen uns mal kurz die Preise an. Dann seht ihr das Ganze mal, wie der Stand aktuell ist. Und zwar schauen wir uns das bei Guidesides einmal kurz an. Und wir fangen bei den Silent Wings 4 an, mit 120 mm. Die 140 mm verlinke ich euch unten nochmal. Die gibt es ja auch noch, habe ich auch einen von hier, aber den habe ich hier nicht getestet. Passt halt auch nicht auf die Pure Loop 2FX, muss man ehrlicherweise sagen. Hier seht ihr, dass der Lüfter von 20 Euro bis zu 30 Euro hochgeht. Also bei der Pro-Version haben wir die 30 Euro bzw. 29 Euro aktuell. Und ihr seht, der normale Silent Wings 4, der kostet 20 Euro. Allerdings ist das hier auch nicht die High-Performance-Variante. Ich klicke mal gerade drauf, dann seht ihr das. Das ist die Variante, die nur 1600 Umdrehungen dreht. Aber keine Sorge, wir schauen uns hier auch an, wie der Lüfter performt mit 1500 Umdrehungen. Das heißt, wir decken diesen Lüfter hier auch ab. Und dann haben wir einmal den 4 PWM. Ihr seht, der hat auch 1600 Umdrehungen. Ist dann allerdings, wie der Name ja schon sagt, PWM gesteuert. Und dann haben wir einmal den High-Speed. Den High-Speed habe ich hier getestet. Und ihr seht, der High-Speed dreht mit 2500 Umdrehungen. Also wirklich sehr flott. Ihr seht hier auch schon am Luftdruck und am Luftdurchsatz, dass das Ganze wirklich sehr gut ist. Ob wir das dann nachher im Testo sehen, das sage ich jetzt noch nicht. Das könnt ihr euch anschauen. Und der Silent Wings Pro 4 PWM, der hat den Vorteil, der dreht mit bis zu 3000 Umdrehungen. Und hat natürlich dann nochmal ein bisschen mehr Wumms hinter den Lüfterblättern. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Als erstes natürlich gucken wir einmal in den Lieferumfang. Dieses Mal zeige ich euch das Ganze ein bisschen anders. Ansonsten packe ich einmal es aus. Jetzt habe ich es schon ausgepackt. Das macht das Ganze ein bisschen kürzer. Ihr seht hier einmal die Silent Wings 4 und die Silent Wings 4 Pro. Und im Hintergrund noch ältere Modelle, beziehungsweise auch die Light Wings. Und bei den Silent Wings 4 ist es so, dass wir ja hier die Ecken haben, die wir tauschen können. Und zwar müsst ihr im Prinzip hier drauf drücken und da drauf drücken, aber das gleichzeitig. Kann sich je nachdem ein bisschen kompliziert gestalten. Erfordert auch so ein bisschen Übung. Und ihr seht, dass das Ganze dann abgeht, wenn es dann will. Zack, ist das ab. Das sind jetzt die Ecken hier bei den Silent Wings 4, die dafür geeignet sind, das Ganze zum Beispiel an einem Radiator zu verschrauben. Und vorinstalliert sind dann die Ecken, womit ihr das Ganze dann am Gehäuse anbringen könnt. Und ist natürlich hier entkoppelt. Seht ihr ja hier, ist aus Gummi. Und dementsprechend habt ihr dann auch nochmal hier die Befestigungen drin. Also auf jeden Fall schon mal sehr cool. Die Ecken bei den Silent Wings 4, zumindestens die Ecke oder der Punkt, die am Radiator anliegen oder am Kühler, wo auch immer, die sind hier auch gummiert. Allerdings nicht so viel, wie es hier bei den Ecken ist. Und bei den Silent Wings 4 Pro, da haben wir auch das Ganze so, dass es komplett abgedeckt ist. Das heißt, wenn ihr das auf dem Radiator auflegt, zeige ich euch später auch nochmal, dass hier keine Luft entweichen kann. Bei denen wäre das der Fall. Aber wie gesagt, zeige ich euch später nochmal. Die Ecken könnte man rein theoretisch auch bei denen anbringen. Liegen aber nicht im Lieferumfang dabei. Bei den Silent Wings 4 Pro liegen aber die Ecken dabei, die auch bei den 4 dabei sind. Also das heißt, die, die jetzt gerade schon montiert sind. Und dann nochmal die Ecken für die Gehäusemontage. Und dann kommen wir auch nochmal auf die Rückseite der Lüfter zu sprechen. Im Übrigen finde ich das Design hier sehr, sehr cool gestaltet. Ihr seht, gefällt mir wirklich sehr. Mal im Vergleich, ich zeige euch mal die Noise Blocker E-Loop. Ja, die sind zwar schon ein bisschen dreckig, weil die uralt sind und irgendwo im Karton lagen. Da seht ihr, wie das Ganze gestaltet ist. Oder wir vergleichen mal mit den Silent Wings 3. Ihr seht schon, das Ganze sieht anders aus. Wir haben mehr Lüfterblätter. Dementsprechend können wir hier ein bisschen mehr Druck erzeugen. Die Lüfter sind auch schneller wie die, aber das kommt auch nochmal drauf an, welch ihr kauft. Denn die Silent Wings 3 gibt es ja auch als High Speed und als PWM. Hier haben wir die Pew Wings. Seht ihr auch mal im Vergleich. Und dann noch einmal die Light Wings. Die haben ja auch ziemlich viele Lüfterblätter. Obwohl hier bei den Silent Wings 4 einfach mehr Fläche benutzt wird. Ihr seht es schon, das Lüfterblatt an sich ist bei den Light Wings ein bisschen kleiner. Was noch ein großer Unterschied ist, das sind ja hier die High Speed. Die drehen ja mit 2500 Umdrehungen. Und das sind ja die Silent Wings 4 Pro. Und ihr habt hinten noch einen Schalter. Damit könnt ihr im Prinzip die Drehzahl limitieren. Also auf mittlere Stufe, High Speed und Ultra High Speed auf Ultra High Speed. Laut Hersteller drehen sie mit 3000 Umdrehungen. In meinen Tests waren es 2800 Umdrehungen bei einem Asus Board. Was zumindest angezeigt wird. Das kann ich euch ja nur sagen. Und auf einem Gigabyte Board waren es 2900 Umdrehungen. Also unterscheidet sich schon etwas. Ich gebe hier 2800 Umdrehungen an. In den Diagrammen, die ihr gleich seht. Aber bedenkt bitte, dass das hier auch schneller sein kann. Ja, das sind die großen Unterschiede zwischen den Lüftern. Und wie gesagt, die Kanten hier, die Ecken, die machen auch nochmal was aus auf einem Radiator. Da würde ich tendenziell eher zu den Pro greifen. Weil ihr seht, hier haben wir dann doch schon einen Unterschied. Hier kann die Luft entweichen. Aber wie gesagt, schauen wir uns dann nach dem Diagramm nochmal an. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir auch schon zu den Testergebnissen. Ihr seht ja gerade, ich habe die Silent Wings 4 hier liegen. Also nicht die Pro. Und möchte das Ganze jetzt auf dem Radiator verbauen. Allerdings ist das das Problem, dass wenn wir den Lüfter auf einen Radiator verbauen möchten, dann passt das Ganze nicht, weil die Schrauben hier einfach nicht durchpassen. Die sind halt zu dick. Dementsprechend müsst ihr hier die Ecken abmachen. Und dann drückt man hier auf beide Seiten einmal rein und dann geht das ab. Und dann haben wir im Lieferumfang, wie eben schon erwähnt, hier die Ecken, die dann für den Radiator geeignet sind. Und die stecken wir dann einfach drauf. Und das machen wir dann an allen vier Seiten. Und dann ist der Lüfter auch schon einsatzbereit. Bei den Silent Wings 4 Pro brauchen wir das Ganze ja nicht. Da sind auch andere Ecken enthalten, falls ihr die denn benutzen möchtet. Aber für den Radiator sind standardmäßig schon die richtigen drauf. Dementsprechend müssen wir das Ganze ja nicht konfigurieren. Und jetzt würde ich sagen, ich mache das fertig und dann schauen wir uns mal an, wie die auf dem Radiator aussehen. Und da sind die Silent Wings 4 auch schon in Action. Und es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Mir gefällt das Design der Silent Wings 4, sei es Pro oder Non-Pro, wirklich sehr, sehr gut. Und ihr könnt mal hören, die Lüfter sind gerade auf 100%. Also so laut ist es nicht. Und wir gucken uns auch mal die Umdrehungszahl an. 2400 Umdrehungen, wenn wir so ein bisschen die Augen zudrücken. Also wirklich in Ordnung. Wir werfen ja als erstes einen Blick auf die Testergebnisse mit 1000 Umdrehungen auf den Lüftern. Und das Testsystem seht ihr oben. I7-12-3700K in Kombination mit einem B660M plus D4. Das muss man hier auf jeden Fall beachten. Allerdings haben wir alle Lüfter in der gleichen Konfiguration getestet. Die Raumtemperatur war 23 bis 24 Grad. Und wenn es mal höher war, das habe ich immer gemessen, dann wurde das Ganze abgezogen. Und was man hier auf jeden Fall direkt erkennt an dem Diagramm ist, ist, dass die Silent Wings 4 Pro sich hier auf jeden Fall besser schlagen wie die Silent Wings 4. Das hat aber was mit den Ecken zu tun. Das werde ich euch nachher nochmal erklären, etwas detaillierter. Und was wir auch sehen, dass die E-Loops schon etwas besser sind. Und ansonsten schaut euch das Diagramm mal an. Und dann könnt ihr natürlich daraus Schlussfolgern. Und wir sehen auch im Vergleich zu den Silent Wings 3, dass die Silent Wings 4 Pro zumindest sich schon in der Ecke besser schlagen. Die Silent Wings 4, also die Non-Pro, das nimmt sich nicht so viel. Allerdings, meiner Meinung nach, ist auch nochmal die Optik hier entscheidend. Aber gut, wir schauen uns erst die Diagramme an. Dazu komme ich dann nochmal im Fazit. Und auch die anderen Lüfter, also die Pure Wings 2, sind natürlich schlechter. Und die Light Wings, die halten da noch mit mit den Silent Wings 4. Und jetzt würde ich sagen, wir schauen uns mal die 2000 Umdrehungen an. Bei 1500 Umdrehungen ist es so, dass sich das Blatt auf jeden Fall wendet. Ihr seht, die Silent Wings 4 Pro liegen jetzt auf jeden Fall vorne, vor den E-Loops. Und die Silent Wings 4 sind auch nicht so weit davon weg. Wir lassen jetzt mal die E-Cores außen vor. Die sind hier nicht so entscheidend. Die P-Cores interessieren uns ja da mehr, was die Temperaturen angeht, da sie deutlich höher gehen. Wer sich hier auch nicht so gut schlägt, sind die Light Wings. Ich denke mal, das liegt hier am Aufbau. Und sie sind hier tatsächlich sogar ein bisschen schlechter wie die Pure Wings 2. Schauen wir uns die Ergebnisse mit 2000 Umdrehungen und mehr an. Und hier sehen wir definitiv, dass die Silent Wings 4 keinen Vorteil mehr haben, wenn sie schneller wie 2000 Umdrehungen drehen. Zumindest auf der Pure Loop 2 FX. Das muss man so festhalten. Wenn ihr einen dickeren Radiator jetzt hättet, zum Beispiel von Alpha Cool, einen mit 6 cm Dicke, dann profitiert ihr auf jeden Fall noch davon, weil der Weg halt einfach länger ist durch die Lamellen. Und bei der Pure Loop 2, ihr wisst es, da ist der Radiator nicht so dick. Dementsprechend hat man keine Vorteile mehr. Bei dem einen oder anderen Lüfter sieht man, dass der noch Vorteile hat, zum Beispiel die Light Wings. Da macht es schon Sinn, die ein bisschen höher drehen zu lassen. Und dann sind die Ergebnisse auch schon nah an denen, der der Silent Wings 4 oder Silent Wings 4 Pro mit 2000 Umdrehungen. Allerdings muss der Light Wings hier mit 500 Umdrehungen mehr drehen. Und was wir aber auch sehen, dass der Noctua ziemlich nahe ist an den Silent Wings. Aber optisch finde ich die jetzt nicht so schön, wie es halt die Bequite Silent Wings 4 oder Silent Wings 4 Pro sind. Wie angesprochen zeige ich euch nochmal, wie sich das mit den Lüftern verhält. Warum die Pro-Variante hier besser ist als die Non-Pro. Und zwar seht ihr hier noch einmal die Pro-Variante. Wir haben ja hier die Ecken. Das Ganze dichtet hier am Radiator direkt ab. Sieht man ja hier. Wir haben hier keine Lücken. Wenn wir uns aber jetzt einmal den normalen Silent Wings 4 anschauen, dann sehen wir, wir haben ja nicht diese Ecken dabei, die ja bei dem Pro dabei sind. Und ihr seht es schon, wenn wir uns das Ganze angucken, ich versuche es mal so zu halten, dass hier im Prinzip immer eine Lücke ist. Das heißt, der Luftdruck, wenn es wenig Luftdruck ist, entweicht hier. Und es kommt nicht so viel auf der anderen Seite raus, wie es zum Beispiel bei dem Pro der Fall ist. Man muss aber dazu sagen, wir sehen ja auch bei einer höheren Umdrehungszahl, dass sich das nicht mehr so viel nimmt. Liegt natürlich daran, dass der Radiator hier nicht so dick ist. Wie gesagt, es gibt dicke Radiatoren. Da macht so ein Lüfter schon mehr Sinn mit viel Umdrehungszahlen. Und wenn wir uns einmal die normalen Lightwings anschauen, sehen wir auch, dass diese hier das Ganze abdichten. Und das zeigt dann auch, warum die dann nochmal was profitieren davon. Wenn die Lüfter höher drehen. Und auch nochmal was zu den Lightwings. Ihr seht ja bei den Lightwings generell, auch im Vergleich zu anderen Big-Quite-Lüftern, die haben halt diesen Rand und dadurch haben die weniger Länge bei den Lüfterblättern, weil sie halt kürzer sind dadurch. Und das macht auf jeden Fall nochmal was aus. Wie gesagt, bei dem Radiator, also einem 27mm Radiator, macht es kaum einen Unterschied, wenn die Lüfter höher drehen. Zumindest aus einer bestimmten Drehzahl. 2000 Umdrehungen macht hier keinen Sinn mehr. Aber wie gesagt, dazu kommen wir jetzt gleich nochmal im Fazit. Und wenn ihr den Lüfter darauf verbauen möchtet, dann schaut, dass es welche sind, die hier nicht offen sind, wie es bei den Silentwings 4 der Fall ist, sondern etwas in Richtung Silentwings 4 Pro oder Lightwings oder halt irgendwas anderes von Big-Quite, wenn es denn ein Big-Quite-Lüfter sein soll. Und das wollte ich euch nur kurz erklären. Und jetzt kommen wir auch schon zum Fazit. Kommen wir auch schon zum Fazit. Ich möchte es diesmal kurz halten. Lohnen sich die Lüfter? Und das ist im Prinzip ganz einfach. Die Silentwings 4 und die Silentwings 4 Pro können sich definitiv lohnen. Es kommt aber auf den Einsatzzweck an. Ihr habt es hier gesehen bei der PureLoop 2 FX. Also wenn ihr einen dünnen Radiator habt, lohnt es sich nicht unbedingt. Außer ihr möchtet die maximale Performance mit einem leisen Lüfter, weil die Lüfter sind wirklich leise. Ich muss aber dazu sagen, die Konkurrenz, die hier getestet wurde, die waren auch nicht wirklich laut. Aber ich bin der Meinung, ist jetzt nur subjektiv, ich habe jetzt hier nicht gemessen, dass die Silentwings 4 nochmal etwas leiser sind. Störgeräusche haben sie definitiv auch nicht. Was so ein kleiner Kritikpunkt von dem einen oder anderen ist, was ich schon gehört habe, ist, dass der Motor jetzt so breit ist und wir dementsprechend weniger Lüfterblätter haben. Also die sind kürzer und dementsprechend geht der ein oder andere davon aus, dass man hier mehr Performance erreichen könnte. Ich finde das Ganze so in Ordnung und optisch auch sehr ansprechend. Und im Vergleich, wir sehen es ja auch mit älteren Lüftern, dass das Ganze wirklich viel eleganter ist. Es passt meiner Meinung nach eher in die Systeme rein. Und die Pro würde ich mir wirklich nur holen, wenn ich denn die volle Power brauche, weil sie sind schon eine gute Ecke teurer, 10 Euro, beziehungsweise je nachdem welches Silentwings 4 Modell ihr euch kaufen wollt. Und da muss man wirklich überlegen, möchte man so viel Geld ausgeben, wenn es nur bei einem Lüfter bleibt, ist das ja in Ordnung. Das sind dann nur 10 oder 5 Euro. Wenn man allerdings 3 kauft, dann steigt die Differenz natürlich. Ja, ich weiß, mit dem Pure Loop 2FX, das macht hier nicht so einen Sinn, meiner Meinung nach, weil da sind die Lüfter dann fast schon teurer wie die IO. Aber in einem Custom Build kann das Ganze schon deutlich mehr Sinn machen, vor allem mit einer Mora. Ich meine, ihr investiert ja in so eine Wasserkühlung und die erhalten ja ewig. Das heißt, ihr habt eine Mora oder einen größeren Radiator, dann habt ihr das Ganze nicht nur ein oder zwei Jahre verbaut, sondern vielleicht auch manche 10 Jahre. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn einer von euch dabei ist, der das Ganze so lange schon im Einsatz hat. Kann nur an den guten Kai hier denken. Das ist ein Freund von mir. Und der hat das Ganze, glaube ich, auch schon 10 Jahre in Betrieb, hat dann irgendwann nochmal aufgerüstet auf eine zweite Mauer. Und da machen die Lüfter schon Sinn, meiner Meinung nach. Weil auf die Jahre gesehen bezahlt man dann nicht mehr wirklich viel dafür, zumindest für die Nutzungsdauer, die man da hat. Und meiner Meinung nach haben beide Produkte, also die Silent Wings 4 und die Silent Wings 4 Pro, sich hier auf jeden Fall die Hardware-Ecke top Produkt verdient, weil sie sind einfach gut, auch wenn wir bei 2000 Umdrehungen hier ziemlich gleich auflagen. Aber wie gesagt, das liegt daran, dass der Radiator nicht so dick ist. Werde ich euch in Zukunft auch nochmal zeigen. Ich weiß noch nicht wann, ob es noch dieses Jahr wird, aber in Zukunft wird es ja definitiv noch einen Test geben zu. Und wir haben ja auch schon gesehen, dass das Ganze auf einem Luftkühler Sinn machen kann. Da könnt ihr euch auch mal gerne das Video zu anschauen. Das verlinke ich dann oben. Schlussendlich bleibt mir noch zu sagen, wenn das Video euch gefallen hat, abonniert gerne, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt was in die Kommentare, auch wenn es nur für den Algorithmus ist. Das würde uns sehr freuen. Damit bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.